Am Humboldt-Forum in Mitte wurde eine 5 t schwere Wappenkartusche installiert. Über dem westlichen Eosander-Portal der rekonstruierten Schlossfassade. Die Kartusche ist 8 x 8 m groß. Obendrauf soll morgen noch eine Krone kommen, die mit 300 g Blattgold belegt ist. Dieses letzte große Schmuckelement hat 2 Mio. Euro gekostet und wurde in Weißensee gefertigt.